Ja, willkommen zurück bei Batman Arkane Asyl. Ja, ich habe ein Problem. Im Moment irgendwie mein Rechner spinnt komplett. Also irgendwie, es hat sich auch hier wieder die Aufnahme aufgehängt, beziehungsweise mein Rechner hat sich aufgehängt und dann ging einfach nichts mehr und dann bin ich zwar rausgegangen, aber dann hat er gespeichert genau in dem Moment und somit ist alles eigentlich, sagen wir mal, gute 20 Minuten sind echt einfach flöten gegangen. Ich konnte nichts dafür. Das ist einfach so und ich habe eigentlich, ja, ich habe jetzt alles versucht, irgendwas zu machen, aber ob es funktioniert, werde ich einfach sehen, wenn ich jetzt hier länger spiele. Ähm, ich hoffe doch. Also ihr habt, ja, im Endeffekt kann man sagen, ihr habt nicht wirklich was gepasst. Es geht. Es gibt Schlimmeres. Aber gut, ärgerlich ist es trotzdem. Mich ärgert es genauso. Und, ja, verzeiht mir. Ich weiß nicht, was es ist. Ich habe alles geupdatet, Treiber-Updates, was auch immer. Vielleicht verabschiedet sich auch irgendwas von mir. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sind wir, so wie es scheint, von, ähm, von dem Asylum weg. Oder noch gar nicht drin. Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall. Spielen wir jetzt hier einfach weiter. Und ich sage, willkommen zurück, geh weg. Ähm. Das sieht doch schon mal gut aus hier. Ohoha. Ich denke, wir sind jetzt erst in Akan Asylum angekommen. Oder das Hauptgebäude. Liege aus der Intensivbehandlung zur Oberfläche der Insel. Da unten stehen welche. Mit Gewehren. Schwierig, schwierig. Kann mir jemand holterhelfen? Räuberleiter. Oder so. Das war... Das war... Aber ich will nicht, dass er die Insel schon jetzt verlässt. Jeder Verbrecher, Mörder oder Kindergärtenerzieher, der nicht gerade fahrt, die Befehle ausführt, sollte dahin gehen und alles zu preis schlagen. Okay, mach ich. Okay, mach ich. Laufst du, er kommt da lang? Wenn jemand mich hören kann, schick sofort Verstärkung zum Anwesen. Batman, du bist rausgekommen. Batman, du bist rausgekommen. Was passiert da hinten? Wir wurden hierher geschickt und dann gingen die Funkgeräte nicht mehr. Sie spielen immer wieder dieses verdammte Lied. Joker hat die Kontrolle über die Insel. Er hat euch hierher geschickt. Wie ist er rausgekommen? Ich meine, du bist hier und... Ein Wächter der Anstalt von Arkham namens Frank Bowles hat euch alle betrogen. Er hat Joker bei der Flucht geholfen und wurde von ihm getötet, als er ihn nicht mehr brauchte. Das nennt ich Loyalität. Brauchst du Hilfe? Nein, du und deine Männer sind hier sicherer. Falls ich was brauche, finde ich euch. Der Batman ist schon immer so... Spitze Ohren. Spitzohrig. Das ist hier schon wieder so riesig, ich weiß gar nicht, wo ich lang gehen soll. Soll ich hierher gehen, hier hingehen, hier hingehen, hier hingehen? Ja. Ich glaube, irgendeiner spielt trotzdem ein falsches Spiel von denen. Es tut mir leid, ich muss ein wenig die... Out, entdeckte es. Out. Wir öffnen. Willkommen im Ehrenhaus. Eingangshalle der Villa. Dann ist es gar kein so ein Ehrenhaus. Gott sei Dank, du bist's. Hast du Joker schon gefasst? Nein, aber ich werde ihn aufspüren. Ich möchte, dass sie hierbleiben und jeden versuchen, die Villa zu kommen, unterbinden. Wie du meinst, Batman. Jedenfalls kommt keiner an mir vorbei. Doch auch eine Stimme. War sein Füß, oder? Wenn ich hier durchgekommen bin... Au. Au, au. Au. Batman. Hier? Oh mein, nee. Das Erbe dieser Insel wurde gründel... Ent... Zahlung... Oracle, setze das Batmobil-Abwehrmaßnahmensystem außer Kraft. Ich hab den Alarm gesehen. Was ist los? Wo bist du? Ich bin außerhalb der Arkham-Villa. Wahrscheinlich hat Harley Quinn den Alarm ausgelöst. Wenn sie Gordon noch bei sich hat, könnte er verletzt werden. Okay. Das Batmobil ist immer noch außerhalb des Intensivbehandlungsgebäudes in Nord-Arkham geparkt. Ich hab dir einen Plan der Insel geschickt. Wichtige Orte wie den Standplatz deines Autos hab ich markiert. Danke, Oracle. Oh, oh, oh. Ich schütze das Batmobil. Ich bin hier... Kann man da irgendwie... Doppelklicken? Oh. Das Batman, ja. Ah, das ist... Gut. Das find ich schade. Ob man das nicht irgendwie... Markieren konnte. Weil jetzt muss ich jedes Mal auf die blöde Map schauen. Gucken, lauf ich hier richtig. Gucken, lauf ich hier richtig. Bam, bam, bam. Mal. Uhuhu. Okay, ich bin hier. Okay, ich bin hier. Oh, whoa, 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 whoa. Oh, whoa, 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 Moment, Moment. Okay, ich bin hier. Du hast... Du hast du Kopfweh. Oh. Du hast du Kopfweh. Okay, das ist ja nicht nett. Was... Wie die dumm sahen es. War zu schnell, Mann. Die ganze Insel steht bald unter meiner Kontrolle. Genau so ist es, Jungs und Mädels. Sie gehört mir, 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 mir. Hahaha. Wartet nur, bis ihr meine Pläne für diesen Ort hier seht. Es wird fantastisch. Die machen unser Weltmobil kaputt. Ich weiß nicht, was die nicht machen. Oh je. Hinten. Du machst mich fertig. Du machst mich nicht fertig. Ich mach Hackfleisch aus dir. Fertig? Lass uns das behängen. Lass dich tun, ich bin nicht weg. Ja. 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 Es gibt einen Vorrat an Explosivgild im Körperraum des Batmobils. Vielleicht brauche ich es. Ich muss die Gegend um das Batmobil absuchen. Da könnte ich einen Hinweis finden, wohin sie Gordon verschleppt hat. Ich habe hier total bombastische Grafikfehler. Genau, er hat mir eine Spur hinterlassen. Er lebt, Barbara. Die Sicherheitstüren sind verschlossen. Ich muss einen anderen Weg finden, um wieder auf Gordons Spur zu stoßen. Die Wand vor mir ist dünn genug. Mit dem Explosivgel kann ich einen Weg freisprengen. Okay, fuck. Ja, super. Upgrade verfügbar. Upgrade für Explosivgild. Grüß Gott. Das erzählt darauf, dass du seine Arbeit findest. Habe er hin. Er ist mein Puppe. Guten Abend, Ladies und Gentlemen. Ich bekomme einige beunruhigende Berichte über einen Fledermausbefall in der Landstall von Ackerm. Ich möchte allen daran erinnern, dass es ihre erste Bürgerpflicht ist, dieses Umgeziefer auszurotten. Wir dürfen nicht zulassen, dass seine Weg aus Westland zurückfindet. Erstmal gibt's Fatschen. Die geht aber aus! Ich bin im Visitor Center. Oh, okay. ich will dass alle gefunden werden ich will nicht dass einer die party verpasst ich bin als gast immer zu ich bin immer so büßen oh der kommt immer so gut es ist die fliefe der maus dann kommt er runter dein gesicht wird ganz schön bluten 1 ja 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 Ich würde mal sagen, es war anders. die großzügigkeit ich kann neu ausschalten spezialkombo ermöglicht batman nach einer 8-fachen komo ein sofortiges ausschalten das nicht abgewertet werden kann nach einer spezialkombo kann batman weitere attacken spezialkombo boost nach dem erreichen einer fünffachen statt einer 8-fachen komo können spezielle kombo moves eingesetzt werden also ich komme nicht durch das sicherheitstor ich muss einen anderen weg finden werden wir findet immer einen anderen weg sasa zählt darauf dass du seine arbeit findest piste mir gar nicht an was will denn der das was was ist wenn es die 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 Junker hier, lasst mich alle neuen Bewohner von Junkers Anstalt daran erinnern, dass sie einer einfachen Regel folgen sollten. Strafe bei Nichtverachtung dieser Regel ist der Tod. Keine Wins und Abas, wisst ihr, was das Beste an dieser Regel ist? Sie ist ein Geheimnis. Irgendwas hat das mit dem Kabel hier auf sich. Von Vayne Tech entwickelten Kontrollpunkte sind gegen Hackerangriffe gesichert. Die Subsysteme wurden von Lucius Fox entwickelt. Da hinten auch was. Aber gut, Redman, die nicht hacken. Guten Abend, Ladies und Gentlemen. Ich bekomme einige beunruhigende Berichte über einen Fledermordbefall in der Landstalt von Arkham. Ich möchte nachdenken, dass es ihre erste Bürgerpflicht ist, dieses Ungeziefer auszurotten. Wir dürfen nicht zulassen. Das ist ein Weg aufs Festland zurück. Dann machen wir den Teil kaputt. Einmal in Deckung. Ich übertreibe mal dich. Soll ich komme hier nicht rein? Hm. Astrooszugang. Die haben wir schon mal erreicht. Ich will, dass alle Ärzte zusammengezieht werden. Sucht das ganze Medizingebäude ab. Ich meine das ernst. Durchsucht jeden Raum, jedes Büro und jeden Mülleimer. Wenn noch ein Arzt versucht zu fliehen und das Gebäude verlassen kann, dann habt ihr nicht so viel Glück. Ich flute das Gebäude einfach mit Lachgas und lasse euch da sterben. Typisch Joker. Das ist typisch Joker. Mega. Batman kommt überall durch. Egal was für ein. Bestmännchen würden geradeaus gehen. Ja. Immerhin sowas. Das geht ja. Das ist ja wunderbar hier. Hitler-Trophäe. Super. Das ist ja wunderbar hier. 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 Vielen Dank.